Ihnen gehört die Zukunft. Das hofft zumindest die WWE. Was ging ab beim goldschwarzen Brand? Wer konnte aus der Masse herausstechen? Wer steht vor dem Sprung nach oben? Welche Storys laufen und bei wem sieht's gar nicht so rosig aus? Wir liefern euch das Black & Gold Update mit unserem Roundup zu WWE NXT. Neues Logo, neue Hallen, neue Ära, neues Network für NXT. Es ist der 2.10.2024 und wir starten in eine neue Ära von WWE NXT. Vorher war es die Black & Gold Ära, dann war es die WWE NXT 2.0 Ära, dann war es die weiß-goldene Ära und jetzt ist es anscheinend eine silberne Ära, denn wir sind endlich wieder on the road in Chicago, Illinois, USA vor 7100 Zuschauern und an meiner Seite ein Mann, der auch so viele Zuschauer zieht, der aber nicht so oft bei NXT zu hören ist und der will jetzt mit mir darüber sprechen, über diese wirklich historische Ausgabe, kann man sagen. Herzlich willkommen mein lieber Chris, wie geht's dir? Hallo Per, hallo liebe Zuhörer, hallo liebe Zuschauer. Boah, das ist ja heute ganz besonders, weil wir auf NXT, äh, NXT auf YouTube laufen, das ist ja eine große Sache, deswegen hallo an jedem auf YouTube, schön, dass wir am Start sind und ja, die letzten Wochen habe ich häufiger mal an NXT reingeschaut und da wollte ich mir die große historische Folge diese Woche nicht entgehen lassen. Das Haus war packed, die Stimmung war gut und ich glaube, wir haben auch eine gute Stimmung, weil die Show dazu veranlagt hat, eine gute Stimmung zu haben. So viel kann ich vorwegnehmen und jetzt freue ich mich, mit dir Per, meinem Hasen, über diese Show reden zu können. Ja, der Marcel, der lässt sich ja noch entschuldigen, der ist ab kommender Woche, ab der Monday Night Raw Review nach Bad Blood wieder am Start. Da hört ihr ihn wieder bei Raw, SmackDown und auch NXT und deswegen kriegt ihr diese Woche in sehr, sehr vielem Podcast das Vergnügen mit dem guten Chris und mir. Also, ähm, wenn wir euch irgendwann auf den Sack gehen, dann habt ihr halt leider einfach Pech gehabt. Und, äh, ja, wir beide sind zwar noch nicht im neuen Design hier, wie ich sehe, also unser Layout ist leider noch nicht an das neue NXT angepasst, aber was soll's, das machen wir noch, also neues Logo. Das ist übrigens das alte, das, das da, nee, das, das da ist das alte Logo, das ist jetzt silbern. Also könnt ihr gerne mal schauen. Sie hat so ein bisschen den Look von Vengeance Day von, von NXT. Ist ja glaube ich auch das nächste Premium-Live-Event. Fand ich ganz witzig. Und, äh, ja, ganz ungewohnt, dass NXT mal wieder in der großen Halle veranstaltet. Sonst ja immer im Performance-Center die letzten Wochen und Monate und eigentlich Jahre zu gehen gewesen. Nur zu den Premium-Live-Eventen ging es dann mal vor die Tür in die großen Hallen. Und obwohl ich im Vorfeld gelesen habe, ja, Ticket verkauft läuft nicht so gut, man hat, ähm, ein kleineres Venue genommen, waren hier doch 7100 Leute drin und ich schaue in die Halle und denke mir, alter Verwalter, das Ding ist doch wirklich packed gewesen, oder? Ja, definitiv. Also hat mich auch gewundert. Es gab auch während den Matches irgendwann Down the Road der Show so ein paar Schwenker durch die Halle und ich dachte mir, ja, sieht gut aus. Also das ist nichts, wofür man sich bei NXT schämen muss und, äh, das war packed, das Haus. Und ich weiß nicht, wo die WWE die hergezaubert hat, aber das Ding war voller, als ich gedacht hätte. Und, ja, vielleicht liegt's ja an dem guten CM Punk, den wir dann noch im Main-Event sehen sollten. Ich hab keine Erklärung dafür, voll was allemal und es sah wirklich gut aus. Auf jeden Fall haben uns unsere traditionellen NXT-Kommentatoren, Vic Joseph und Bukati, begrüßt und auch in die Show eingeleitet. Und, ähm, ja, dann kam erst mal das coole Intro, beziehungsweise cool weiß ich nicht ganz ehrlich. Äh, ich war nicht so ein Fan davon, zumindest nicht von der Mucke. Ich glaub, sie war irgendwie von Lil Wayne und Two Chains. Also, dass NXT ein bisschen mehr so in diese hippere Hip-Hop-Richtung ging. Und ich bin ja eigentlich auch ein Hip-Hop-Fan, von daher müsste ich's eigentlich mögen. Hab ich's trotzdem nicht so gefühlt. Also da fand ich das Theme vorher ein bisschen besser. Aber naja, äh, das ist, glaub ich, auch Geschmackssache wie, äh, generell bei Musik. Und wer kommt natürlich als erstes raus? Es ist der aktuelle NXT-Papa Shawn Michaels. Und der ist im Ring, macht direkt mal Stimmung. Und klar, weil wir auch in eine neue Ära gehen, braucht's jetzt auch einfach mal neue NXT-Gürtel. Ich dachte ganz kurz, warte, 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 erst mal, macht er jetzt komplett neue Championships? Also kriegen wir noch ein Gürtel bei NXT? Dann hab ich aber gerafft, okay, nee, einfach die Main-Titles, Damen und die Herren kriegen einfach ein Makeover. Und ich bin ehrlich, ich fand das alte Design besser. Oh ja, also es ist für mich nicht immer knapp. Der alte Titel sah so viel geiler und prestigeträchtiger aus als der jetzige. Der jetzige, der erinnert mich so ein bisschen an die UFC-Titel. Also sehr einfach, einfach Logo draufgekackt und der Rest ist halt so richtige Standard-Standard-Titel-Layout. Gefällt mir nicht, muss ich ehrlich sagen. In Silber sieht der auch nicht so cool aus. Dann hat man's versucht, mit goldenen Elementen noch so ein bisschen aufzuschönen. Gold und Silber, das beißt sich. Der Titel, der ist aus meiner Sicht nicht so schön. Und damals, als wir den Switch hatten zwischen bunter NXT 2.0-Era und der NXT-Era, die danach gekommen ist, da hat man halt so ein paar bunte Streifen rausgenommen oder beziehungsweise reingemacht, je nachdem, wie man's sehen möchte. Das hat auch funktioniert. Und der jetzige Titel, der ist selbst hässliger als der mit den ganzen Regenbogenfarben beim alten NXT-Championship. Aus meiner Sicht. Also mir hat der Titel nicht gefallen. Und hier fand ich's auch komisch. Du machst die Main-Titel neu, lässt aber alle anderen alt. Also warum ist es nicht einheitlich und du machst einmal alles neu oder halt gar nicht neu? Das hab ich nicht ganz verstanden. Und deswegen gibt's hier einen Daumen nach unten für mich. Das hätt's nicht gebraucht. Ich hab's auch nicht verstanden und ich bin auch kein Fan von den Titeln. Von wem ich aber ein Fan bin, das ist natürlich unser guter Triple H, denn Shawn Michaels spult wie jeder Auftritt von Triple H spult er herunter. Are you ready? Und auf einmal kommt aus dem Off, are you ready? Und Triple H kommt auch in den Ring und dann gibt's doch mal ein gemeinsames Are you ready? Und NXT beginnt. Und ich war gehypt. Ich war richtig gehypt. Einfach mal eine normale NXT-Ausgabe vor 7000 Zuschauern. Dachte ich mir, geil. Und es ging direkt mit einem richtig starken Opener los. Und zwar zeigen sie mit den Fingern auf die Entrance-Stage und Julia kommt heraus. Und ich muss sagen, alter Verwalter hat die Frau eine Aura. Ich find den Fingern auch eigentlich ganz geil von ihr. Ein lang erwartetes Match. Julia auch schon ganz, ganz lange gerüchtet worden, dass sie zur WWE kommt. Jetzt ist sie ja seit ein paar Wochen auch fest bei WWE unter Vertrag und hat sie natürlich direkt ein NXT-Women's-Title-Match gesichert gegen Roxanne Perez. Die kommt dann auch heraus und ich bin ehrlich, das war ein sehr, sehr stabiler Opener. Also die beiden haben sich richtig, richtig gut gegeben. Es wird sich sehr, sehr viel herumgerollt in diesem Match. Also sehr, sehr viele Roll-Up-Ansätze und auch sehr viel Chain-Wrestling, viel Submissions mit drin. Hat mir richtig gut gefallen. War einfach mal was Frisches. Und dann kam ein Pop-Rox von der guten Roxanne Perez an Julia. Julia kickt da erstmal aus. Es geht noch ein bisschen weiter, das Match. Und gegen Ende kommt jemand zurück, den ich natürlich sehr, sehr stark vermisst habe. Und zwar Cora Jade. Es kommt eine Dame heraus, die die gute Julia draußen erstmal schön vermopst und in den Ring wieder schmeißt. Es gibt wieder den Pop-Rox. 1, 2, 3. Roxanne Perez verteidigt hier ihren Women's Championship nach knapp 13 Minuten. Und Julia verliert ihr... Ah ne, Quatsch. Die hatte, glaube ich, gegen Chelsea Green schon einmal ihr Debüt-Match gehabt. Zumindest nicht ihr Debüt-Match bei NXT. Aber sie verliert ihr zweites Match bei WWE NXT. Chris, wie hat dir dieser Opener gefallen? Und wie hat dir Julia an sich ihre Performance gefallen? Ja, erstmal zu Julia. Also die Frau hat wirklich eine Bomben-Aura. Die sah richtig cool aus. Die hatte einen geilen Look und ist auch eine attraktive Frau. Also ich habe mich gefreut, als sie da rausgekommen ist. Kann man ja mal so sagen. Ja, hat einen coolen Look, wie sie zum Ring gekommen ist. Auch im Ring eine geile Performance abgeliefert. Von daher bin ich jetzt erstmal sehr überzeugt von ihr und bin gespannt, was man mit ihr alles vorhat. Ich meine, wir wissen, was als nächstes kommt durch den Eingriff von Cora Jade. Ja, Cora. Ja, die hat ein bisschen an sich rumschnibbeln lassen. Auch interessant. Aber das ist ja auch nichts Neues. Da wollen wir jetzt nicht so viel drauf eingehen. Das wird auf jeden Fall die nächste Fede, denke ich. Cora Jade gegen Julia. Und warum nicht? Warum nicht? Ich meine, Cora Jade braucht irgendwas mit hohem Profil. Die ist jetzt leider häufiger mit Verletzungen raus gewesen. Und ich denke auch, dass ne Julia davon profitieren kann. Deswegen freue ich mich da erstmal drauf. Zum Match selber, ja, hast du alles erzählt. War cool. Die haben sich auf jeden Fall ordentlich gegeben. War für mich das zweitbeste Match des Abends. So viel kann ich vorwegnehmen. Ja, viel hin und her. Viele Headbutts. Auch die Roll-Up-Sequence sehe ich immer gerne. Dann gab es diesen Double Underhook vom Top-Rope. Das war schon ordentlich. Und ja, die haben sich gut gegeben, dass eine Roxanne wieder Unfair gewinnt. Ich meine, das passt auch zu ihr. Und deswegen gibt es für den Opener auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Also ich hatte Spaß damit. Und das zeigt, wie gut die Frauen bei der WWE sind, die auch noch in der Pipeline fürs Men-Roster stehen und irgendwann hochkommen. Also bei NXT sehr, sehr starker Opener und sehr, sehr gute Frauen am Start. Da kann man sich auf jeden Fall auf die Zukunft freuen. Und gerade Roxanne möchte ich hier nochmal herausheben, die wirklich einen sehr, sehr stabilen Title-Run hat bei NXT. Hier also mit ihrem bösen Gimmick. Das gefällt mir richtig gut. Auch diese Chemie zwischen den Beinen hat hervorragend gestimmt. Und ja, es geht weiter auf hohem Niveau um den Main-Title der Damen. Und ich bin sehr gespannt, was jetzt für Julia auf dem Programm steht. Wahrscheinlich dann wirklich eine Fede gegen Cora Jade, die sich mit Roxanne Perez vielleicht verbündet hatte. Das erfahren wir nochmal später. Dann gehen wir in einen kurzen Einspieler. Bevorher erreichen erstmal Tick Williams und NXT-Champion Ethan Page die Halle. Das ist einfach nur zur Vollständigkeit. Dann gab es einen tollen Einspieler, wo Nathan Fraser und Axiom WWE 2K spielen. Und sie spielen quasi ihr Title-Match nach, was sie ja nächste Woche haben, gegen Grayson Waller und Austin Theory. Und Fraser und Axiom hatten ja in der Vergangenheit immer mal so ein paar Differenzen miteinander. Naja, weil der eine sich eher auf seinen Singles-Run konzentriert hat. Und dann war es der andere, der sich auf seine Singles-Matches konzentriert hat. Und auch hier gab es so ein bisschen, ja, ein paar Differenzen. Der Axiom, nee, nicht der Axiom, der Nathan Fraser ist ein bisschen ausgerastet und hatte kein Durchhaltevermögen, weil tatsächlich Grayson Waller und Austin Theory bei WWE 2K24 gewonnen haben. Ob das dann nächste Woche auch der Fall sein wird, das erfahren wir nächste Woche in St. Louis, Missouri. Ja, toll. Also der einen Spieler, den fand ich schon ein bisschen cheesy. Weiß nicht, die haben da 2K gespielt, sich angemeckert. Dann kommt er zurück und sagt, ach, war ja nur ein Videospiel. Fand ich irgendwie ein bisschen cheesy. Ich weiß nicht, das hätt's für mich nicht gebraucht, dass du die beiden natürlich eine Woche vor dem großen Titel-Match zeigen willst. Gut, aber das Segment hat mir persönlich jetzt nicht so viel gegeben. Da hab ich mich auf das nächste, was folgen sollte, dann doch ein bisschen mehr gefreut. Denn weiter geht es Backstage. Hinten stehen General Manager Ava und CM Punk, der schon sein Referee-Outfit anhat. Denn er ist ja der Special Guest-Referee im NXT-Teil-Match zwischen Ethan Page und Twig Williams. Und dann sagt er ja auch nochmal, ja, ich wär total fair und unparteiig sein. Da dachte ich mir, okay, das will ich sehen. Warten wir mal ab. Aber hinzu kommt ein alter Bekannter von CM Punk auf der anderen Seite des Wrestling-Ufers, und zwar bei AEW. Der gute Lexus King, ehemals Brian Pillman Jr., kommt hinzu und sagt, ja, ich bräuchte mal so ein Rat von dir. Also, ich möchte ja nicht den Weg meines Vaters gehen, weil CM Punk ihn auch auf seinen Vater angesprochen hat. Er ist ja ganz allergisch, der will ja auf gar keinen Fall mit seinem Vater verglichen werden. Sagt dann, ja, also ich hab verzichtet darauf, Oro Mensah mit den Füßen auf den Seilen zu besiegen. Aber er hat dann die Füße auf die Seile genommen. Und dann hat sie ihm ein paar Dinge Rat gegeben, hey, entweder du machst alles, um zu gewinnen, oder du versuchst eben gegen die Gene deines Vaters anzukämpfen. Diese zwei Wege gibst und der Lexus King bedankt sich tatsächlich sehr höflich für diesen Rat. Und ich denke mir, geht das mit dem Lexus King jetzt hier in eine Face-Richtung, oder was können wir von ihm erwarten? Ja, das ist eine gute Frage. Ich hatte auch das Gefühl, dass er sich diesem Ratschlag sehr zu Herzen genommen hat und, ja, nachdenklich gewirkt hat, nachdem er es ausgesprochen hat. Und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass er in eine Face-Richtung geht. Ich finde das auch nicht verkehrt, weil, ähm, der Mann braucht irgendwas Neues, ne? Der dümpelt da jetzt rum, fährt immer mit seinem, äh, mit seinem, ja, Stühlchen rein, wie nennt man das Ding? Seinem Thron, seinem Königsthron fährt er da immer in die Halle. Weiß ich, das hat sich irgendwie relativ schnell abgenutzt. Und bei mir ist er nicht mehr so heiß, ein Face-Lexus-King könnte dahingehend wieder so ein bisschen mehr wirken. Und wir haben bei NXT, wenn man mal so guckt, können ja auch relativ viele Heels, die gerade so rumtanzen. Und deswegen ein Face-Lexus-King, ja, ich geb dem Mann eine Chance. Mich hat er bisher von den ganzen AEW-Rübergängen, ja, mit am wenigsten abgeholt, nach Sean Spears. Ähm, deswegen müssen wir mal gucken, was so ein neues Gimmick mit ihm macht. Aber diese Kooperation, in Anführungszeichen, mit Punk und Lexus-King, fand ich gar nicht verkehrt. Ja, die einfach mal zusammen in dem Bild zu sehen, war schon nicht schlecht. Bevor wir dann ins nächste Match rübergehen, sieht man nochmal einen kurzen Einspieler. Und zwar wird das folgende Match nämlich Westley gegen Zachary Vance sein, die ja ihre Fäde weiter fortführen in einem Streetfight. Und dann wird nochmal zusammengefasst, was ist denn eigentlich in den letzten Wochen passiert. Und ich sage euch, diese Story habe ich ja schon vor drei Wochen, als ich das letzte Mal NXT reviewt habe, schon zerrissen. Nicht wegen Zachary Vance, sondern wegen Westley. Von dem bin ich gar kein Fan, weil der Typ als hier gar nicht bei mir rüberkam. Das wurde dann nochmal schon in einem Video aufgearbeitet, also schaut es euch gerne an. Bevor wir dann in das Match gingen, gab es nochmal so ein kurzes Gespräch in der Umkleide zwischen Lola Weiss und Jada Parker. Die konnten sich nicht so ganz einigen, wer jetzt so hier die Führung in dem Match später übernehmen wird, weil sie werden ja gegen Fatal Influence antreten. Und dann kommt die NXT Women's Champion Kelani Jordan dazu und sagt, ja ihr streitet jetzt mal hier nicht so, ihr müsst auf einer Seite sein, damit ihr die da besiegen könnt. Ja, nicht so wichtig, denn das Match sehen wir ja später noch. Nun ist der Westley mit einem Einkaufswagen voller Waffen auf dem Weg zum Ring und ich dachte mir, geil, Streetfight-Feeling. Es hat sich wirklich tatsächlich so ein bisschen wie ein Premium-Live-Event angefühlt, weil du hattest vorher ein kurzes Promo-Video als Zusammenfassung für das Match und jetzt ging es dann auch direkt in das Match und einfach auch das Venue, was du jetzt da wirklich von diesen Premium-Live-Events bei NXT eigentlich eher gewohnt bist, das jetzt einfach für so eine normale NXT-Ausgabe zu sehen, ist ungewohnt, aber auch irgendwie schön. Und ja, Zachary Wenz, der folgt ihm dann und der Westley möchte ihn auch direkt dann angreifen, bevor er überhaupt den Ring betreten hat, springt aber erstmal daneben und dann geht es auch direkt los, also wirklich auf die Fresse. Die hauen sich hier katzenartig wirklich komplett auf die Fresse. Und ich muss sagen, ich war ein richtiger Fan von diesem Match. Also alles wurde benutzt, Mülltonnen, Candlesticks, die beiden springen da durch den Ring. Dann gab es die eine Situation, wo Zachary Wenz versucht, aufs oberste Seil zu springen und einen Move anzusetzen und Westley schubst ihn einfach nach draußen, aber Zachary Wenz fliegt nicht durch den Tisch, der draußen stand, sondern er fliegt über den Tisch auf den harten Hallenbund. Und ich bin so, au, 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 das sah nicht so geil aus. Aber generell zeigen die ja wirklich Spot nach Spot. Stühle werden auch sehr gerne benutzt, also auch viele Slams in die Stühle. Also wirklich der ganze Einkaufswagen, das ganze Repertoire wurde hier verwendet. Und am Ende gewinnt dann Westley dadurch, dass er sich eine Kette um die Knie wickelt und mit diesen Knien auf den Zachary Wenz, der auf dem Stuhl sitzt, springt. Eins, zwei, drei. Und dieses Manöver sorgt dann für den Sieg von Westley. Und die Serie steht jetzt eins zu eins, wenn man das so zielen möchte, Chris. Ja, toll ist das. Ich bin ja auch nicht der größte Fan von Westley, gerade nach den letzten Wochen, in denen ich NXT wirklich verfolgt habe, um es zu reviewen. Da gab es ja nur diese Promos, die er mit dem Handy aufgenommen hat von zu Hause, wo er dieser cocky, langweilige, nicht wirklich funktionierende Heal war. Ja, diesmal hat das tatsächlich ein bisschen besser funktioniert. Wenn doch, ich auch sagen muss, für mich hat eigentlich Zachary Wenz hier so ein bisschen das Spotlight gestohlen. Also ich finde, dass der mit seiner Performance doch noch mal ein bisschen starlastiger gewirkt hat. Der war richtig gut, der war richtig on fire. Ja, einmal fliegt er da über den Tisch. Das war doch ein Hammer-Spot. Also das musst du auch erst mal nehmen und danach wieder aufstehen. Ich sagte ja, da würde drei Viertel von uns Normalos alles brechen. Und der steht einfach auf, geht weiter. Swanton Bomb auf Westley, der die Mülltonne über dem Kopf hat. Auch das ist ein Spot, den musst du erst mal nehmen. Dann gab es diese riesige Holzplatte, die beide fressen. Und hier war einiges drin, was ein richtig cooles Element zu diesem Extreme Roots Match gegeben hat. Ich fand das cool. Das war sehr unterhaltsam. Und ja, am Ende hat, wie gesagt, der Zachary Wenz für mich tatsächlich noch mal ein bisschen mehr wie ein Star gewirkt. Auch wenn er natürlich unterm Strich verloren hat. Ich meine, es gab, bevor er die Knie ins Gesicht bekommen hat, ja auch noch einen Low Blow gegen ihn. Das heißt, der war völlig raus. Und ja, jetzt müssen wir mal gucken, was man mit dem Westley vorhat. Bei mir, ich sag mal so, ich finde ihn wrestlerisch stark, wirkt aber gimmicktechnisch gar nichts. Und als Heal kommt da noch weniger an als in seiner Face-Zeit. Und das ist halt ein Problem, was die WWE wahrscheinlich auch früher oder später sehen wird. Und deswegen bin ich einfach mal gespannt, wie man damit umgehen will. Also es bleibt in der Hinsicht für mich Band. Für heute ist er der Sieger, aber nicht der Sieger meines Herzens. Das ist nämlich, ja, nach Pair der gute Zachary Wenz, der in diesem Match komplett überperformt hat und sich für mich persönlich dafür qualifiziert hat, auch gerne zukünftig weiterhin bei NXT aufzutreten. Ja, unterschreibe ich so zu 100 Prozent. Also gerne kannst du Zachary Wenz gegen Wesley austauschen. Ich finde wirklich viel, viel besser. Der hat viel besseres Charisma und auch die Performance im Ring war richtig stark. Ich fand sogar fast das Finish ein bisschen lame im Gegensatz zu den ganzen Moves, die vorher passiert sind. Und da hätte jeder von diesen Moves vorher, hätte das Finish sein können. Und dann springt er mit den Knien, wo er eine Kette drum wickelt, einfach auf ihn drauf. Und das Finish fand ich dann doch ein bisschen lame. Aber ich will nicht so sein. Ich lobe hier jetzt auch mal Wesley einfach für dieses Match. Ich meine, ich hacke ja so oft auf den Mann rum, weil ich ihn einfach nicht feiere für das, was er verkörpert bei NXT, für das, was sein Charakter ist. Aber in diesem Match haben die sich beide sehr gut ergänzt. Und ich bin gespannt, wo das, wobei gespannt bin ich eigentlich nicht. Ich werde mal schauen, wo das mit den beiden jetzt auch hingehen wird. Ich meine, wir haben ja gerade bei WWE so die Tradition, ganz viele Matchserien zu veranstalten. Jetzt steht es 1 zu 1 zwischen den beiden. Also schauen wir mal, vielleicht gibt es da auch noch ein drittes Match. Der dritte Wesley, so wie wir ihn ja immer gerne nennen, der war jetzt nicht dabei. Der dritte im Bunde. Vielleicht wird der da auch noch so eine Rolle spielen. Und ich glaube, die beiden wollten ja auch noch ein Tag Team Title Match haben, was ihnen ja genommen wurde. Von daher, auch in der Tag Team Division sehe ich da noch in Zukunft. Naja. Schauen wir mal, was wird. Was wird. Wir gehen weiter. Und zwar gibt es jetzt Miss TV. Und dieser Typ, also jeder von den Zuschauern hat anscheinend gestern Raw geschaut, weil Miss ist ja gegen A-Truth Heel geturnt. Oh, dieser Typ, der kriegt da aber auch Heat in der Halle. Weil wenn du gegen A-Truth Heel turnst, dann wirst du automatisch bis zum Mond und zurück gehasst. Und der genießt es. Ich habe es in seinen Augen gesehen, auch wenn er eine Sonnenbrille aufhat. Ich habe es in seinen Augen gesehen, dass er einfach diesen Heat wieder genossen hat. Und dann endlich wieder Heel zu sein, mit dem Hass der Leute zu spielen. Und ja, in bekannter Manier eröffnet er eben Miss TV. Denn heute gibt es eine Ausgabe mit Oberfemi, unserem amtierenden North American Champion, und Tony D'Angelo, der Don of NXT, der Mafia-Boss. Der kommt mit seiner Family raus, schickt die aber wieder rein, denn er will sich ja alleine dem Oberfemi stellen. Das ist ja so die Story der letzten Wochen gewesen. Tony D'Angelo hat ja beim Premium-Live-Event, was war das letzte nochmal? Ich weiß es gerade gar nicht. Sag es schnell. Sag es schnell. Ich gucke es noch. Beim letzten Premium-Live-Event hat auf jeden Fall Tony D'Angelo verloren, gegen Oberfemi. Von daher zweifelt er gerade so ein bisschen an sich selber. Und die letzten Wochen kam ja auch Hammerstone von TNA, den der Tony D'Angelo engagiert hatte, um gegen Oberfemi zu kämpfen. Aber auch der konnte Oberfemi nicht davon abhalten. Und ja, jetzt hinterfragt er sich so ein bisschen. Hat er Ängste? Weil eigentlich hat er in seinem Leben die Ängste. Das sagt er auch hier. Er ist aus Chicago. Er ist von der Straße von Chicago. Und da haben die Leute erstmal gepoppt und dachten, ah ja stimmt, der ist ja aus Chicago. Gut, dann jubeln wir den auch mal zu. Und dieses Gefühl der Angst ist sehr neu für ihn gewesen. Und er versucht gerade so ein bisschen damit umzugehen und daraus zu lernen, um sich dann im Training noch ein bisschen mehr zu motivieren als sonst. Und kommende Woche in St. Louis, Missouri, gibt es ja dann das große NXT North American Championship Match. Und Oberfemi, der glaubt, dass er erkennt, dass der Tony D'Angelo seinen eigenen Worten nicht mehr glaubt. Also, dass der Mann, dessen Wort ja immer sehr viel Gewicht hatte, selber nicht mehr an seine eigenen Worte glaubt. Aber Tony D'Angelo, der ist sich sicher, dass er hier den Oberfemi schlagen kann. Denn Oberfemi, du bist auch einfach nur ein Mann. Aber Oberfemi sieht das anders. Der ist nicht nur einfach ein Mann, der ist ein Monster. Und dann stehen beide sich gegenüber. The Miz schaut doch mal ein bisschen verschmiert von hinten rein. Und es gibt den Stardown und nächste Woche sehen wir dann das große Titelmatch um den North American Title. Tony D'Angelo gegen Oberfemi. Was meinst du, kann der Tony D'Angelo seine Ängste überwinden und nächste Woche gegen Oberfemi gewinnen? Oh, ich hoffe es. Der letzte Pierre Lever übrigens, NXT No Mercy. Nur damit wir das der Vollständigkeit halber auch noch am Start haben. Ja, das ist eine gute Frage. Also erstmal finde ich, dass der gute Tony D'Angelo, der profitiert jetzt schon von dieser ganzen Fede, weil der bisher immer sehr eindimensional war. Der war halt der Mafia-Boss, der ist rausgekommen, hatte seine Familie hier ein Match gewonnen, da ein Match gewonnen. Und jetzt sehen wir die verletzliche Seite von Tony D'Angelo. Und das ist schon mal schön. Also auch wie er mit der Mimik und Gestik im Angesicht zu Angesicht zum guten Oberfemi spielt. Das war schon cool und der profitiert so oder so. Und ich hoffe, ich persönlich als großer Fan von unserem Don, dass er Oberfemi schlagen und sich den Odds stellen kann. Ja, und dass er dann mit diesem NXT North American Championship heimfahren kann, weil ich persönlich so ein bisschen das Gefühl habe, dass Oberfemi sich gerade abnutzt. Bei mir funktioniert er nicht mehr so. Es ist halt dieses typische Monster. Aber er erzählt mir jetzt gerade auch nicht so die Geschichte. Und ich bin doch ein Geschichtenliebhaber und ich finde, dass da ein bisschen mehr geht. Und deswegen möchte ich den Mann, der mir aktuell die für mich persönlich heißere Geschichte in dieser Fede erzählt, auch als Champion sehen. Und das ist Tony D. Und deswegen sind meine Daumen gedrückt. Glaube ich, dass er den Titel gewinnt? Eher nicht. Ich glaube, dass man mit Oberfemi noch ein bisschen fahren wird. Der wird wahrscheinlich als großer Champion aufgebaut und wird dann ja in Richtung Stand and Deliver vielleicht verlieren. Aber bis dahin wird er sicherlich noch den Titel halten. Und da müssen wir mal gucken, was mit unserem Don passiert. Bist du anderer Meinung? Und glaubst du, dass unser Don diesen Titel gewinnt? Oder bist du da mit mir und sagst, Oberfemi, der wird das Ding weiter rocken? Ich finde diese Story ganz packend. Also ich finde, dass es cool erzählt. Auch, dass man so ein bisschen mit den Zweifeln und Ängsten von Tony D'Angelo spielt. Da kriegt er so ein bisschen mehr Tiefe in seinem Charakter. Das gefällt mir ganz gut. Aber ich bin auch großer Fan von Oberfemi. Und ich glaube, dass dieser dominierende Champion auch den Titel hier behalten wird. Weil ich finde den Run geil von Oberfemi. Ich finde die Matches geil von ihm. Also wenn ich mich auch noch an Stand and Deliver zurückerinnere gegen Dijak und Josh Briggs. Haben die einen Triple Threat Monster Banger da rausgehauen. Holy Shit. Und ich sehe da keinen, der ihn schlagen kann. Ich sehe auch leider nicht den Don, der ihn schlagen kann. Außer wenn der Don heel turnt und mit Hilfe seiner Familie vielleicht den Oberfemi bezwingt. Aber das ist ja eigentlich nicht das, was der uns hier versucht zu vermitteln. Er will alleine gegen Oberfemi kämpfen. Denn seine Familie wird nämlich nächste Woche nicht dabei sein, um ihn dabei zu unterstützen. Aber vielleicht ist das auch hier die Story, die wir spielen. Dass er sagt, okay, Familie kommt nicht und dann machen wir wieder einen auf schmutzige Mafia. Schauen wir mal auf jeden Fall. Gefallen mir beide Charaktere aktuell bei NXT ganz gut. Deutlich besser als das, was im Main-Title-NXT-Title-Picture aktuell geschieht. Da schauen wir später nochmal drauf. Aber das gefällt mir echt ganz gut. Ja. Weiter geht es mit dem nächsten Match. Und es ist quasi, ja, das vorletzte Match von dieser Show. Aber vorher. Vorher. Gehen wir nochmal ganz kurz Backstage. Die Cora Jade ist nämlich da. Da wird sie gefragt, warum hast du das denn gemacht? Warum hast du denn der Roxanne geholfen? Weil die beiden hatten ja auch mal früher eine Fähne miteinander. Jetzt muss man aber auch wissen, die Cora Jade, die war ja auch sehr lange verletzt. Die ist ja auch sehr lange ausgefallen. Und der geht halt komplett auf den Sack, dass nur noch Hype um Julia und Stephanie Vaker aktuell entsteht. Und sie will, dass die Leute nicht vergessen, wer denn hier die Retterin der Women's Division eigentlich sei. Und das ist aus ihrer Sicht eben Cora Jade. Dann kommt kurz Roxanne Perez ins Bild und interfragt selber den Eingriff, weil die beiden ja eben eine Fähne miteinander haben. Und da hat Jade eben gesagt, ja, wir haben zwar Meinungsverschiedenheiten gehabt, doch ich respektiere dich. Und wie du dich entwickelt hast in letzter Zeit, weil sie sich zum Heal entwickelt hat anscheinend. Und dann sagt Perez wiederum, stellt sie in Aussicht, ja, dass gemeinsame Feinde ja meistens wieder zusammenfinden. Also, dass man durch gemeinsame Feinde meistens wieder zusammenfinden würde. Ja, weil der Feind meines Feindes ist mein Freund. Sagt man das nicht so? Tolle Kasse, ja. Ist das so? Ich glaube ja, ne? Wie sagt man, gute Freunde, bessere Enemies, irgendwie. Ich hab keine Ahnung, ist so alles scheißegal. Gute Freunde, gib mal ein Küsschen. Ja, die sollen sich mal ein Küsschen geben, das würde ich ja ganz gerne sehen. Aber bis dahin sehen wir erstmal ein bisschen Catch von den beiden. Ja, gucken wir mal, wo sich das hin entwickelt. Also, ich fand das auch spannend. Jetzt müssen wir mal gucken, dass die Cora Jade auch mal drei Matches übersteht, ohne sich wieder eine fette Verletzung zuzuziehen. Weil das hat bisher leider ihre NXT-Karriere so ein bisschen geprägt. Also, das Knie, da war sie sechs bis neun Monate raus, dann ist sie mal kurz wieder da, verletzt sich wieder. Ich hoffe, dass die Frau mal ganz bleibt und, naja, nicht jedes Mal unter das Messer muss. Zumindest nicht, wenn sie es nicht freiwillig will. Von daher, ja, drücke ich ihr mal die Daumen und wenn das alles so aufgeht, dann könnte sie auch eine tragende Säule der Women's Division bei NXT sein. Und von mir aus auch mit Roxanne Perez. Also, was man mit der gerade macht, finde ich spannend. Ihr erster Run als Champion ist der ganz, ganz kurze, als sie noch face war, war ja Katastrophe und die Frau hat sich entwickelt. Deswegen hat sie es verdient und dafür gibt es einen Daumen nach oben. Und dann schauen wir mal, was sich da noch so alles rausentwickelt. Ja, jetzt gibt es das vermeintliche, ich will nicht sagen Lowlight, aber das, was ich am wenigsten interessant fand auf der Card. Denn das Match zwischen der Fatal Influence, Fallon Henley und Jessie Jane, die kamen mit Jasmine Nix raus. Und die sind angetreten gegen Lola Weiss und Jada Parker, die ja vorher Backstage schon ein bisschen ihre Zwieligkeiten hatten. Das Match, da will ich gar nicht so detailliert drauf eingehen, denn das gewinnen die Heels nach einem Bicycle-Knee-Dropkick-Kombination, weil die gute Jada Parker, ja, ein bisschen beleidigt ist und dann gegen die Lola Weiss halt eben nicht turnt, aber sie verlässt halt einfach den Ring und Lola Weiss versucht dann noch ein bisschen gegen die Heels zu behaupten, kann da aber am Ende nicht viel machen und dann gewinnt dann auch Fatal Influence dieses Match. Aber das ist gar nicht das Wichtige, was in diesem Match passiert ist. Wobei doch, nach dem Match, finde ich ganz interessant, hat Fatal Influence quasi in Einheit gesagt, so, unser neues Ziel ist jetzt die North American Championship. Und dann denke ich mir so, achso, ihr wollt jetzt alle, alle so, alle, alle wollt jetzt auf die North American Championship gehen? Und dann meldet sich nämlich die, ähm, die, äh, Clanny Jordan, die die ganze Zeit nämlich dieses Match auch beobachtet hatte von außen und sagt, ah, okay, ja, ihr wollt ja jetzt gerade auf mich losgehen, ähm, ja, ich bin aber nämlich nicht alleine gekommen nach Chicago und dann gibt's doch einen Riesenpop, als unsere Damen Tag Team Champions Jade Cargill und Bianca Belair herauskommen, sich ein bisschen prügeln mit der Fatal Influence, es gibt einen großen Pop, die Faces feiern zusammen und, äh, ja, das, äh, ist dann das Endpicture von diesem Part von NXT, Chris. Ja, großes Kino, sag ich dir, großes Kino. Jetzt haben wir die Hosts von Bad Blood ein paar Tage vor Bad Blood nochmal sehen dürfen bei NXT, äh, ja, war doch nicht so toll, wie ich es jetzt vielleicht angefangen habe, er war halt da, also das war für mich auch das absolute Lowlight und da kommt leider nichts wirklich dran. Das Match selber, diese Unstimmigkeiten, die sie im Tag hatten, ne, es war ja das ganze Zeit das Spiel, dass sie taggen wollen und dann funktioniert's nicht, weil die eine schon mal reinkommt, ohne getaggt zu sein und Ablenkung hier, Ablenkung da, das hab ich denen nicht so abgekauft, also das hat ein bisschen dämlich ausgesehen, deswegen könnte man auch sagen, ja, keine Ahnung, Blödian des Tages ist in dem Fall eine der beiden Faces, weil die nicht so besonders smart aussahen, für mich sogar am ehesten Lola Weiss, die sah besonders dämlich aus, kassiert dann noch die Niederlage und dann wollen auf einmal beide von der JC Jane Crew gegen, äh, ja, Kilian Jordan gehen, ja, safe, war ganz nett, aber JC Jane, ich hab das Gefühl, die, die dreht sich auch seit zwei oder drei Jahren im Kreis, da ist irgendwie keine krasse Entwicklung, auch damals, als sie die, äh, mit, mit Gigi Dolan zusammen war, das war das einzige Mal, wo ich richtig investiert war, weil ich mir dachte, komm, die waren so feste Freunde und auf einmal hauen die sich auf den Moped, da ist auch nichts draus geworden und seitdem dreht die sich im Kreis und, weiß nicht, entwickelt sich nicht weiter, also, alles rund um sie interessiert mich ehrlich gesagt nicht, jetzt ist sie halt mit Fallon Henley unterwegs, interessiert mich auch nicht und deswegen ist der NXT North American Championship bei den Damen für mich, ähm, nicht besonders heiß und das wäre das Erste, was ich skippen würde, wenn ich's nicht reviewen müsste und wenn ich nicht so viel Zeit hätte, mir die ganze Show zu geben. Ja, ähm, das find ich nämlich ganz interessant, weil das hier ist ja wirklich unser Midcard-Title-Picture bei den Damen, ne, und ich find's bemerkenswert, wie weit das einfach vom Main-Title-Picture entfernt ist, allein schon von der Qualität her, allein schon von dem Charakteren und dem Standing der einzelnen Damen, da ist so ein meilenweiter Unterschied und so eine große Lücke zu Roxanne Perez, zu Julia und wahrscheinlich auch zu einer Stephanie Vakere, die, ähm, bald, äh, dann jetzt auch, ähm, ja, bei NXT dann erscheint, sie hatte ja bei der letzten NXT-Ausgabe auch einen kurzen Einspieler gehabt. Das find ich schade, weil eine Lola Weiss eigentlich kurz einen Hype aufgebaut hatte, als sie dieses UFC-Match, ähm, gegen, also dieses NXT-Underground-Match gegen Shayna Baszler hatte. Das war ein richtig geiles Ding und danach hatte sie auch ein Title-Match gegen Roxanne Perez, das war eigentlich auch ganz cool. Leider ist sie jetzt da auch so in dieser Midcard-Region gefangen und Clanny Jordan, boah, ist halt wirklich so ein 0815-Baby-Face für mich. Ähm, ich find eigentlich schade eher, dass da so eine Sol Ruka nicht drin ist, weil ich hätte, glaub ich, Sol Ruka als erstes den North American Title gegeben, weil die einfach auch eine klasse Catcherin ist. Ähm, aber naja, das ist, was wir aktuell kriegen im Midcard-Title-Picture, aber so toll find ich das eben nicht. Dann gehen wir weiter in ein kurzes Video von Javon Evans. Der wird ja nächste Woche gegen Randy Orton antreten, das wird auch, also das wird wirklich witzig werden, glaub ich. Javon Evans, der Bouncy-Bouncy gegen The Greatest Hits Randy Orton. Ich lauf mal in 18 Minuten einmal um den Ring. Also das musst du mir wirklich nächste Woche mal erklären, wie das funktionieren soll. Das wird richtig witzig werden, glaub ich. Ich freu mich drauf. Und der erzählt dann halt so ein bisschen, Ja, wenn die Orton ist mein Hero, bla bla bla. Für mich ist es eine Ehre, gegen Orton anzutreten. Und das noch in meinem Wohnzimmer, in meiner Brand. Und Orton, der will dem Jungen aufstehen, mit dem Talent zwar eine Chance zu geben, sich zu beweisen, doch er tritt natürlich auch nicht uneigennützig auf. Er möchte eben Javon Evans den AKO verpassen, der in Erinnerung bleibt. Und ich glaube, wenn ich nach nächste Woche schaue, dieser AKO wird uns auch in Erinnerung bleiben. So Bouncy-Bouncy, wie der Evans immer durch den Ring fliegt. Auch interessant, dass ich diese Promo verstanden habe von Javon Evans. Weil normalerweise kann er eigentlich nicht reden und kriegt den Mund nicht auf. Hat er auch hier nicht wieder bekommen. Gibt dem Jungen wirklich einen Manager an die Seite, der reden kann. Ich verstehe es einfach nicht, was der da sagt. Ich muss mir das immer im Nachhinein nochmal durchlesen, was der gesagt hat. Das soll nicht so sein. Aber mal gucken, ob der Javon Evans nächste Woche den Randy Orton bezwingen kann. Ja, der spricht immer so. Nee, der macht den Mund nicht auf. Das ist immer irgendwie ganz eigenartig, wie der spricht. Aber das wird cool nächste Woche, weil eine Sache, die ich erwarte, um da nochmal kurz drauf einzugehen, ist dieser Sprungfinisher von Javon Evans in den AKO. Das muss passieren. Und wenn das passiert, finde ich es geil. Das sehe ich kommen. Also es wird auf jeden Fall irgendein geiles Bouncy-Ding mit dem AKO nächste Woche passieren. Da können wir uns sicher sein. Also ich bin auf jeden Fall gespannt. Das Match wird bestimmt witzig. Ja, dann kriegen wir übrigens direkt die Bestätigung, dass wir nächste Woche Fatal Influence in einem Six-Women-Tag-Team-Match sehen. Gegen, Überraschung, Bianca Bair, Jade Cargill und Kehlani Jordan. Also wir lieben hier konstantes Booking. Außerdem gibt es dann nächste Woche das Tag-Team-Title-Match, wie schon anfangs erwähnt. A-Town Down Under gegen Axiom und Razor. Können da hier unsere A-Town Down Under, können sie sich den Titel schnappen? Was meinst du? Nee, auf gar keinen Fall. Also das ist, wenn die sich nicht holen. Und ich fände es auch gut, wenn die es nicht tun. Weil Razor und Axiom, gute Männer. Aber witzig, beides Tag-Dienste so ein bisschen persönliche Probleme miteinander haben. Axiom und Fraser, die immer so sich eher für sich selber interessieren. Und auch Grayson Waller und Fear, die ja so ein bisschen Probleme die letzten Monate immer miteinander haben. Das wird auf jeden Fall ein spannendes Ding. Aber viel wichtiger ist, nächste Woche, Sexy Red ist zurück. Und auch Marcel Weber wird da sein. Genau dann, wenn Sexy Red zu NXT zurückkommt. Toll. Hast du diesen Auftritt damals gesehen? Im UFC-Center. Das war der Wahnsinn. Sexy Red. War das ein Fiebertraum. War das ein Fiebertraum. Aufgewackelt. Bis zum Gehtnichtmehr. Es war so toll. Wahnsinn. Ich weiß nicht, wo die die ausgegraben haben. Von jedem Celebrity, den es auf der Welt gibt, nimmst du dir Sexy Red. Und hast ihn ja scheinbar so verpflichtet, dass er häufiger da ist. Es war ja nicht mal ein One-Night-Ding. Die ist ja jetzt öfter mal da. Und dann kam jemand noch auf die Idee, nach dem letzten Auftritt zu sagen, ey, ja, voll geil, lass die nochmal einladen. Also was zur Hölle? Bitte. Horny Sean. Horny Sean. Und der war das sehr alte Mann. Ich glaub, der Sean, der will wieder in seine 90er zurück. Anders kann ich mir das nicht erklären. Übrigens gibt's da einen kurzen Trailer. NXT Halloween Havoc wird natürlich auch noch erscheinen. Und zwar am 27. Oktober. Also es wird ein Premium-Live-Event. Keine Special-Ausgabe. 27. Oktober. Einen Tag, nachdem wir bei Project Nova sind. Mal schauen, ob wir uns das geben werden. Aber ich geh mal davon aus, es wird eine Review dazu gehen. Und zum Abschluss, nach diesem Trailer, gibt's so ein Video von so einer muskulösen Dame. Von hinten, bin ich ehrlich, mit den roten Haaren. Ich dachte erst, Jazzy, hast du uns was nicht erzählt? Bist du jetzt doch zur NXT zurückgegangen? Ne? Aber dann auf den zweiten Blick, ach so. Das ist doch, ist doch die Delta, oder? Ist das nicht Delta? Wer ist Delta? Ich weiß nicht, ich hab das einfach gelesen, dass das Delta sein könnte. Okay, ich hab keine Ahnung, wer Delta ist. Aber es passt ja auch zu Alpha vielmehr, weil Alpha und Delta. Alpha, Delta? Ja, fehlt nur noch Beta, Gamma und dann haben wir ein Stable. Wir sind da was auf einer Schläche. Wir sind da einer Verschwörung auf der Spur. Ich glaub, die Delta, die trainiert heimlich in der Sirius-Universität. Oder im Sirius-Universum, das Jazzy ja übrigens ja aufgemacht hat. Am Wochenende war's, glaub ich. Ich weiß es auch nicht. Naja. Sollten wir vielleicht auch mal machen, Per. Vielleicht machen wir da auch mal einen Abstecher, Freunde. Wenn ihr dann einen Vlog zu sehen wollen würdet, theoretisch, schreibt das mal in die Kommentare. Dann werde ich den Per mal schön in den Headlock nehmen und dem so ein bisschen Delta-Action geben. Da hätt ich Bock drauf. Mal ein Wochenende zu Jazzy, bisschen catchen, bisschen bumpen und so. Hätt ich Bock drauf. Wär ich dabei. Jazzy, wenn du das hier siehst, ruf uns an. Mach das bitte. Dann, Main Event. CM Punk betritt die Referee-Garderobe. Aber sein Referee-Shirt hat er schon den ganzen Abend an, wo ich mir denke, warum hat er das eigentlich schon den ganzen Abend an? Dann kommt CM Punk auch schon zum Ring, gefolgt von Trick Williams und auch Ethan Page. Relativ unspektakulär eigentlich. Und ich gucke auch auf die Uhr. Hm, da sind eigentlich nur noch so zehn Minuten auf der Uhr, dachte ich mir so. Hm, das ist nicht mehr so viel. Na, alle im Ring und Match beginnt auch einfach. Der CM Punk hält den Titel hoch. Alle gucken noch mal drauf, aber so richtig special fühlt sich das für mich auch nicht an. Ethan Page hat sich dann in dem Match mehrfach mit dem Referee CM Punk angelegt. Welcher, also er war halt eben der Meinung, dass der Punk zu langsam zählen würde und sich halt bei Angriffen in den Ringseilen einmischte. Während des Matches hat Page dann den Trick Williams öfters mal mit dem Egos Edge, ach öfters sag ich schon, er hat dann während des Matches den Trick Williams mit dem Egos Edge über das Kommentatorenpult befürchtet. Aber es war eine, ja, es wirkte relativ gerusht, dieses Match. Also die sind von Spot zu Spot gerusht. Da war jetzt wenig Aufbau drin, sondern es ging eigentlich auch direkt los. Dann gab es so einen kurzen Flashback zur NXT Heatwave. Da hat nämlich Trick Williams Page erwischt mit dem Trickshot und brach dann aber selbst zusammen. Und dann landete nämlich Page auf, ausgenockt auf Williams. Und es gab den Pin und CM Punk zählt den Pin. Aber Williams kann dann auch mal nämlich da auskicken. Und ich dachte mir zu dem Zeitpunkt, boah, also so viel, so habe ich das nicht gefällt. Trick Williams gibt dann auch eben so ein bisschen die Ellbogen schlägen. Und du siehst halt 100 Prozent, wie diese Ellbogen einfach Ethan Page nicht treffen. Du siehst, wie da einfach eine Riesenlücke zwischen ist. Generell hat mich dieses Match auch gar nicht abgeholt. Williams konnte inzwischenzeitig dann kurz die Niederlage abwenden, weil der aus dem Finisher von Ethan Page ausgekickt ist. Und auch einmal aus dem Go to Sleep, den Ethan Page als Provokation an CM Punk gemacht hat. Und ja, dann Trick Williams haut ihm sein Knie in die Fresse. Ethan Page sackt zusammen, aber auch nicht so richtig. Und immer noch, dass Trick Williams ihm auf den Boden werfen muss. Pintin, eins, zwei, drei. Und wir haben einen neuen NXT Champion. Und ich denke mir so, was zur Hölle ist hier gerade passiert, Chris? Ja, was zum Fick ist da passiert? Ich kann es mir auch nicht ganz erklären. Das Match hatte eine ganz eigenartige Dynamik. Also erstmal, du sagst es, zehn Minuten auf die Uhr kannst du nicht viel erwarten. Da wird jetzt keine halbe Stunde Feuerwerk rauskommen, sondern ein Zehn-Minuten-Match im Normalfall. Overtime haben wir ja auch nicht gekriegt. Deswegen war es zehn Minuten Spot nach Spot abgespule. Ähnlich wie in einem Match von einer Jade Cargill, so wie wir das kennen. Und dann war es auf einmal vorbei. Ich meine, es waren ein paar coole Spots bei. Der Eagles Edge draußen durchs Kommentator-Hornpult. Geil, hat funktioniert. Dass CM Punk die ganze Zeit den Super-Face-Referee macht und auf alles penibelst achtet. Weiß ich nicht. Ich hab mich dann irgendwann so ein bisschen rausgeholt, weil ich mir dachte, die wollen draußen kämpfen. Du hältst sie dabei schon auf. So, lass die halt catchen. Ich weiß nicht, wo das Problem ist. Punk war halt so wirklich dieser Ref, der wirklich penibelst auf alles geachtet hat. Und das hat mich, wie gesagt, so ein bisschen rausgeholt. Und unterm Strich hat sich das für mich nach dem Match so angefühlt, als ob CM Punk gegen Ethan Page aufgebaut wurde. Und dass das Match nur dazu gedient hat. Weil es kam der GTS als Provokation. Im Shot, wo die Show-Off ergeht, gibt's noch einen GTS vom Punk gegen, ähm, nicht gegen Trick Williams, gegen Ethan Page. Das hat sich angefühlt wie ein Match, was von Ethan Page gegen CM Punk aufgebaut wird. Und mehr nicht, weniger nicht. Ich finde, nach diesem schon ernüchternden ersten Run von Trick Williams, hätte der jetzt schon eine Breakout-Performance gebraucht, damit ich sag, ja doch, gib dem Mann einen zweiten Run. Die Performance war so geil, da bin ich jetzt heiß drauf. Das war so underwhelming, dass ich jetzt sag, zweiter Run als Champion, das brauch ich eigentlich nicht. Also, da bin ich nicht heiß drauf. Trick Williams holt mich nicht ab. Du merkst auch an den Reaktionen, der ist nicht mehr ganz so heiß, wie er mal war, bis auf den Entrance. Deswegen war das für mich ein Schuss in den Ofen. Ey, ich kann dir da wirklich nur zu 100% zustimmen. Also, Trick Williams wirkte hier wie ein Beiwerk in dem Match. Also, die ganze Zeit gab's Interaktionen zwischen CM Punk und Ethan Page. Und ich dachte mir so, ja gut, also, ich erwarte jetzt hier mal keinen Titelwechsel. Und genau dieses Match hat mir auch gezeigt, warum Trick Williams eigentlich den Titel auch verloren hat. Und jetzt treffen die hier die Entscheidung und geben ihm wieder den Titel nach dieser Performance, die wirklich, also, niemand vom Hocker gerissen hat. Die Crowd war so tot in dem Match. Trick Williams konnte gar keinen Hype hier erzeugen. Und er ist ja nun mal eben dieser Hype-Man. Aber die Crowd hat hier gar nichts gekauft. Dieser Pop am Ende war eher so ein Überraschungspop von den Leuten. Der sagt, was? Weil dieses Finish auch so plötzlich kam. Und das Knie hat auch nicht mal richtig connected zum Ethan Page. Der sackt da zusammen. Aber auch ganz, ganz komisch. Eins, zwei, drei geht durch. Und Trick Williams ist da wirklich dann der neue Champion. Und ich denke mir nur so, nein. Das ist einfach wirklich die falsche Entscheidung. Viele sagen, Ethan Page ist voll der Scheiß-Champion, voll der Scheiß-Heal. Ja, Ethan Page ist ein 0815-Heal. Also, der macht wirklich, wirklich nur das Nötigste, um Heal-Reaktionen zu ziehen. Also, wirklich, was im Bilderbuch steht. Aber er funktioniert trotzdem. Er kriegt Reaktionen. Er kriegt, er kriegt, äh, Buh-Reaktionen. Und es ist für einen Heal deutlich einfacher, als für einen Face ein angemessener Champion zu sein. Weil ein Face sehr, sehr schnell einfach, ein Face lebt viel von Nostalgie, wenn du ein Champion bist. Und diese Nostalgie hat halt einfach ein Trick Williams nicht. Und auch diesen Hype hat ein Trick Williams nicht mehr. Denn Ethan Page hat ganz coole Sachen sogar erzählt bei NXT. Auch wenn das nicht vielleicht Championship-würdig war. Aber er hat auch so ein bisschen mehr Charakter bekommen. Er hat ein paar coole und witzige Segmente gehabt. Und Trick Williams, der hat einfach wirklich gar keine tiefen Storylines gehabt. Und genau deswegen hat er mir einen Titel abgenommen. Das letzte Match zwischen den beiden waren auch schon so scheiße, dieses Singles-Ding. Und jetzt macht man das hier nochmal und wechselt dann den Titel auch noch. Weiß ich nicht, ob man jetzt mit Trick Williams in die neue Ära gehen sollte. Was da zu dieser Entscheidung geführt hat. Keine Ahnung, ob ein Schoermijs gesagt hat, ey, du hast dich in den letzten Wochen so gut gemacht. Nein, hat er nicht. Das Match gegen Pete Dunne, das war auch scheiße. Generell das, was er die letzten Wochen gemacht hat, war nicht gut. Und ich bin kein Trick Williams-Fan mehr. Tut mir leid. Gar nicht. Ich auch nicht. Also für mich kackt er seit WrestleMania eigentlich kontinuierlich nur noch ab. Da hatte er den großen Moment mit Mello. War cool. Seitdem, du merkst, die Matches, die sind auch durchgescriptet wie sonst was. Wie gesagt, ähnlich wie Bernard Jade Cargill, der ist kein Herzenscatcher. Der ist halt so ein Showman. Der ist ein Showman. Das ist ja schon häufiger berichtet worden. Und das merkst du einfach. Der macht das eben, weil es sein Job ist. Der macht das gut. Aber den kannst du auch vor eine Kamera für einen Film stellen. Da wird er das genauso machen. Und der hat halt nicht dieses Feuer und diese Liebe für Wrestling, die du stellenweise brauchst. Ich finde, das merkst du. Das ist in dem Match auch nochmal deutlich geworden. Und ich, ja, ich bin auch nicht überzeugt. Ich finde, er ist nicht das Aushängeschild. Während ein Ethan Page sich reinhängt und eine Entwicklung in seinem Charakter, in seinem Charakter, da wollte ich jetzt beides Deutsch und Englisch vermengen, in seinem Charakter zeigt, erzählt mir Trick auch keine Geschichte. Also der war ja nie super traurig, dass er den Titel verloren hat. Der war nie super aggressiv auf einen Ethan Page. Sondern das war mal, ja, hier fliegst du durch den Tisch, da durch den Tisch. Aber da war nicht diese Entwicklung, diese Intensität drin, die ich mir für einen Trick nach der Niederlage damals gewünscht hätte. Und so, weiß ich nicht, ist er für mich nicht das Face von NXT, was ich mir gewünscht hätte. Und da finde ich zum Beispiel das, was wir im Extreme Rules Match heute gesehen haben, wesentlich spannender. Also der Main Event hat mich super kalt gelassen und war für mich, ja, sehr ernüchternd. Ja, mein Lieber, lass uns zum Fazit kommen zu dieser NXT-Ausgabe. Also grundsätzlich fand ich, war das eine coole Show. Also die haben ja einiges versucht für die neue Premiere auf dem CW Network. Das fand ich grundsätzlich alles okay. Ich fand den Opener sehr stark zwischen den Damen und ich fand auch den Streetfight sehr, sehr stark. Main Event hat ein bisschen abgestunken. Das Damenmatch war jetzt auch nicht so wirklich das Wahre. Und generell hatte ich irgendwie das Gefühl, dass diese NXT-Ausgabe deutlich weniger vollgepackt war als normale NXT-Ausgabe. Sonst hast du von dem Main Event immer nochmal 20 Backstage-Segmente, nochmal ein Chase-You-Update. Dann hast du nochmal irgendwie, was weiß ich, andere Leute, die da Backstage hin und her rennen und kurze 10-sekündige Storylines erzählen. Das hat's heute alles nicht. Also es wirkte nicht so vollgepackt wie sonst, ein bisschen kurzweiliger. Aber irgendwie vermisse ich dann ja auch so mein typisches NXT, wo dann nochmal ganz viel Quatsch erzählt wird. Und generell vermisse ich Chase. Du kannst doch nicht sein, dass du eine Season-Premiere machst beziehungsweise eine Premiere auf einem neuen Network und dann hast du Chase-You nicht dabei. Was soll die Scheiße? Aber generell war das so eine 7 von 10. Ich bin sehr gespannt, was nächste Woche in St. Louis, Missouri passiert. Auf Orton und Javon Evans habe ich Bock. Und es ist einfach mal ein bisschen erfrischend gewesen, NXT als Wochenshow in einer Halle zu sehen, die nicht das Performance-Center ist. Das fand ich cool. Und deswegen gebe ich da einen Daumen hoch. War brauchbar, die Show. Ja, ich bin auch gespannt, wie es die nächsten Wochen weitergeht. Nächste Woche ist ja nochmal eine Show on Tour, bevor wir wahrscheinlich zurück ins Performance-Center gehen. Und auch da bin ich gespannt, wie das von der Aufmachung ist, weil wir ja heute auch einen neuen Look präsentiert bekommen haben. Wir sind jetzt in Silber unterwegs, die Black & Gold Era. Die war mal, jetzt ist es die Black & Silver Era. Und ich bin gespannt, wie man das weiterspielt. Ähm, grundsätzlich war die Show, war okay. Es war eine brauchbare Show, wenn ich das jetzt in meine beliebten Tears einordnen müsste. Opener stark. Dann war, ähm, ja, mit der, mit dem Match, Extreme Roots Match, war auch nochmal was drin, was vielen gefällt, vielen vielleicht nicht. Ich fand's gut. Miss TV, ja, war okay. Frauenmatch, ja, war okay. Also das zweite Frauenmatch ist Tag-Match, muss man dazu sagen. Und der Main-Event hat da ein bisschen abgestunken. Deswegen war's irgendwie so eine Stunde geil. Und die andere Stunde war halt nicht mehr so geil. Und da komm ich irgendwie am Ende auf brauchbar raus. Ähm, den Rest meiner Tears, ja, den goldenen Sean, so hab ich ihn mal getauft, den kriegt heute der CM Punk. Es gab nämlich ein Backstage-Video, das haben wir gar nicht angesprochen. Da hat er diese Radlerhose von Shawn Michaels an, wo man gewisse Teile zwischen den beiden ziemlich deutlich erkannt hat. Das war ein lustig, ein witziger Callback. Er hat so gesagt, zieh das bitte aus, ne? War's gar nicht die Radlerhose, äh, war's gar nicht das Ding, sondern der sollte nur die Radlerhose ausziehen, ne? Naja, irgendwie so. Oder er hat gesagt, deine Boots oder irgendwas komisches, hat er gesagt, das war auf jeden Fall lustig. Deswegen, der war mein, ähm, ja, mein goldener Sean der Woche. Match of the Night, wie gesagt, Streetfight, blöde, ja, es lohnerweise und die Bewertung ist brauchbar. Und damit machen wir den Sack zu für die erste NXT auf dem CW-Network. Spannend ist es. Spannend ist es. Nächste Woche geht's nochmal weiter vor großem Publikum. Danach geht's erstmal wieder in die Halle im Performance Center, wo aktuell laut Gerüchten und laut Bukati, was meistens Gerüchte sind, umgebaut werden soll für das neue Setup, vielleicht für eine größere Kapazität. Wir werden's sehen. Ich bin gespannt, wie es da aussieht. Und ansonsten verbleiben wir wie immer mit den Worten. Ich sage, haltet die Hände über der Bettdecke. Wir hören uns tatsächlich bei SmackDown wieder. Den Chris hört er sogar morgen schon bei Dynamite, bei uns beide bei SmackDown und auch am Wochenende bei Bad Blood. Von daher gibt's eine vollgepackte Woche hier bei Spotfight. Wenn ihr Bock habt auf eine Preview zum Bad Blood, dann abonniert uns gerne noch auf Patreon oder werdet YouTube-Kanal-Mitglied. Dann kriegt ihr nämlich diese Preview mitgeliefert. Und ansonsten, wie gesagt, haltet die Hände über der Bettdecke. Chris, du hast hier das letzte Wort. Ja, ein Traum ist das, Freunde. Ihr merkt, es ist eine volle Woche für mich auf jeden Fall, für den Pär auch. Wir machen mehr Podcasts als sonst, weil sich jeder in den Urlaub verpieselt hat. Aber ich kann euch sagen, nächste Woche kommen sie langsam wieder zurück ins gemachte Nest. Der Weber wird wieder da sein. Der Tobi wird wieder da sein. Da könnt ihr euch drauf freuen. Und deswegen bleibt mir gar nicht mehr viel zu sagen, außer man hört, sieht und riecht sich. Und ja, GWE genießt Wrestling. Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.